Der Cayman S Porsche Design Edition 1 ist schon etwas anders. Zum einen zeigt er sich mit dezenten mattschwarzen Design-Elementen, zum anderen hält er für seinen Fahrer so nette Dinge wie eine Sonnenbrille und den Porsche Design-Chronografen Flat 6 bereit. Genauso exklusiv ist die Stückzahl des Cayman S Porsche Design Edition 1. Es gibt davon 777 Stück. Jeder der Sportwagen ist durch eine Plakette am Deckel des Handschuhfaches gekennzeichnet. Mit einem kurzen Druck auf die Sport-Taste lässt sich das Fahrvergnügen noch steigern. Der Cayman S hängt so insgesamt spontaner am Gas und lässt dem Fahrer durch sportlichere Abstimmungen mehr Freiheiten im Glenzbereich. Der Sport auf 100 kmh dauert 5,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 275 kmh. Den Spritverbrauch gibt Porsche im EU-Mix mit 10,6 Litern an. Bei flotter Autobahnfahrt verbraucht der Porsche natürlich mehr. Bei uns waren es um die 13 Liter Super Plus. Egal ob auf der Autobahn, der Landstraße oder in der Stadt, der kleine schwarze Flitzer macht richtig Spaß. Der Fahrer in der Design-Ausgabe des Cayman S ist irgendwie sofort mit der Straße verwachsen. Sicherlich verhilft zu diesem Gefühl auch die um 10 mm tiefer sitzende Karosserie. Die Standard-Außenfarbe Schwarz mit den mattschwarzen Designstreifen betont die puristische Ausstrahlung des Sportwagens. Seine Formen spiegeln die klassischen Design-Merkmale wieder, die der Kenner schon im 550 Coupé von 1953 und im Carrera GTS Coupé vom Typ 904 entdeckt. Design ist eine schöne Sache. Im Vordergrund wird bei den meisten jedoch das Fahren stehen. Und hier zeigt sich der Cayman S als ein rasantes und der noch super agiles Mittelmotorsportcoupé, das man als Fahrrad immer gut im Griff hat. Von dieser Limited Edition des Cayman S gibt es nur noch ein paar wenige Einzelstücke. Mit Glück und etwas Schar. Einfach mal beim nächsten Porsche-Händler nachfragen. Der Preis des exklusiven Vergnügens, inklusive Aktenkoffer, Pronograph-Fletzix, Taschenmesser und Sonnenbrille, aufgerundet mindestens 70.000 Euro. Wir haben selber leider gar keinen mehr stehen, den wir Ihnen verkaufen können. Wir können Ihnen aber jederzeit noch einen besorgen. Es gibt noch ein paar begrenzte Modelle in ganz Deutschland. Und wenn Sie einen haben wollen, besorgen wir Ihnen den gern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017